Bin ich manns genug, nach Skellige zu segeln, um den Meister der Meister herauszufordern? Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Sehr gut. Auf der Insel Spieke-Row gibt es eine Arena. Dort kämpft der Meister der Meister. Ich lasse Ihnen aussichten, dass du auf dem Weg bist, um ihn herauszufordern. Leb wohl. Was in Krachsburg passiert ist, sie waschen immer noch...